Vielen Dank für die Nominierung. Wir werden noch einen 11. Nase machen. Im 15. Nase machen wir vielleicht einen anderen Nase. Natürlich werden wir noch etwas spenden. Das kommt klar, das ist ein Spieler-Kies. Als nächstes nominieren wir weiter Dominik Kipp vom FC Viktoria-Rospat. Der Mike Weber ist Juniostrainer. Er ist der Stammwirt der Beppo Galizia. So. Drei, zwei, eins. Okay, perfekt. Wir machen ein paar Getränke.